Moin liebe Hattie-Fans, wir haben einen neuen Scooter ins Lager bekommen, nämlich den Ninebots Techway Max G30D. Den wollen wir euch ja mal kurz vorstellen und so ein bisschen zeigen, was der kann. Viel Spaß! Wir sehen eine Verpackung schon, man kann schon ein bisschen erahnen, was uns erwartet. Ein bisschen die Form des Scooters sehen wir hier und ein paar Fakten schon mal, nämlich wir haben eine unglaubliche Reichweite von 65 km, natürlich die Standardgeschwindigkeit von 20 kmh, 10 Zoll große Reifen, LED-Lichter, doppelte Bremsen und eine IPX5-Zertifizierung, das heißt eine sehr gute Wetterresistenz, was natürlich auch wichtig ist, weil man das Ding ja auch draußen fahren möchte. Das Ganze packen wir jetzt erstmal aus und zeigen euch dann, wie es weitergeht. So, man merkt schon, das Ganze lässt sich relativ leicht öffnen und schon beim ersten Aufmachen springt uns hier einmal ein Datenblatt und die Betriebsanleitung entgegen. Daten natürlich wichtig für die Versicherung, damit ihr auch ein Kennzeichen bekommt. Hier haben wir einmal das Ladekabel. Das Ganze ist natürlich für diesen großen Akku, der die 65 km Reichweite ermöglicht, wichtig, dass man das auch schnell auflädt. Das ist extra ein Fast Charger. Dann haben wir hier noch ein Werkzeug, das ist für das Anbringen des Lenkers wahrscheinlich. Und hier noch ein bisschen extra Sachen. Die tun wir einmal beiseite. Dann können wir hier, das ist ziemlich cool gemacht, wir brauchen das einfach nur rausziehen, ist trotzdem sicher. Können wir hier ganz einfach den Roller freilegen. Den holen wir jetzt raus und zeigen euch den nochmal im Detail. Der Lenker ist zuerst noch lose. Nachdem wir dann das Kabel hier reindrücken, können wir den also auf die Lenkstange festsetzen. Das Ganze wird jetzt hier festgeschraubt. Dafür ist dieses Werkzeug da, was ich gerade schon gezeigt habe. Ich zeige euch jetzt mal kurz hier unten, wie man das fest, wie man die Lenkstange quasi befestigen kann und sichern kann. Nämlich, der kommt so geliefert, dass ihr hier alle Freiheit habt. Wenn ihr den jetzt aber festmachen wollt, müsst ihr die einfach nur komplett hinstellen, könnt ihr hier das zuziehen und einmal diese Sicherung auch einrasten lassen. Dann kann nämlich hier nichts bewegt werden und das Ganze ist bombenfest. Natürlich ist der G30 auch klappbar. Das Ganze zeige ich einmal hier vorne. Die Sicherung habe ich gerade schon rausgetan. Dann klappe ich das hier einmal auf und schon ist die Lenkstange nach hinten klappbar. Wir haben hier an der Klingel diese Öse. Die kann ich also hier über diese Aussparung legen und schon ist es fest. Das heißt, jetzt ist das Ganze sicher und ich kann den ganz einfach mittragen. Es ist natürlich sehr wichtig mit meinem E-Scooter, dass man ihn auch tragen kann, durch die Bahn, durch den Bus. Das ist hiermit absolut einfach zu machen. Wir sehen, er lässt sich auch ganz schnell wieder hochklappen, hier festmachen, Sicherung und fertig. So, wir sehen hier einmal das Display, schön in Farbe. Zu dem Ninebot gibt es noch eine App. Die Ninebot Segway App, die haben wir uns natürlich geladen, um den Roller auch freizuschalten. Die sehen wir einmal hier. Das ist das, was man als erstes sieht, wenn man die App aufmacht. Das heißt, das Ganze ist eine Geschwindigkeitsanzeige und wir sehen hier schon ein Schloss. Das heißt, man kann mit der App einen Diebstahlschutz einrichten. Der sieht so aus, wenn ich einmal drauf tippe, dann piept der Scooter einmal und dann kann ich quasi wechseln zwischen diebstahlgesichert und nicht diebstahlgesichert. Was passiert, wenn er diebstahlgesichert ist, ist, dass der Motor blockiert und das somit nicht gefahren werden kann. Ich glaube, es müsste noch getreten werden können, aber der ist auf jeden Fall nicht mehr fahrbar, dann der Scooter. Ist jetzt natürlich kein Ersatz zu einem Schloss, das heißt, wir würden trotzdem ein Schloss empfehlen dazu, weil es dann nochmal sicherer ist, dass er nicht weggetragen werden kann. Aber so zum grundsätzlichen Schutz ist das schon mal sehr gut. So, weiter geht's. Wir haben hier eine Option, die nennt sich Pedestrian Mode, also Fußgänger Modus. Wenn ich die aktiviere, dann, wenn wir einmal aufs Display schauen, sehen wir, hier steht noch Echo. Das heißt, das ist der Echo-Fahrermodus. Wenn ich jetzt auf OK drücke, ändert sich das Ganze. Es geht jetzt nämlich in den Fußgänger Modus. Dieser heißt, man darf maximal mit 6 kmh fahren. Das heißt, wenn man jetzt in engen Zonen ist, wo viele Fußgänger sind, ist es halt zum Schutz, dass man nicht zu schnell fährt und niemanden unnütz gefährdet. Ein weiteres Feature der App ist die Energierückgewinnung. Das heißt, wenn man zum Beispiel in den Berg runterfährt und dann nicht angetreten werden muss oder Gas gegeben werden muss, dann kann der Motor mit einer leichten Bremsung Energie zurückgewinnen und somit den Akku quasi aufladen. Das Ganze, wenn wir drauf drücken, sehen wir hier. Wir können bei Energierückgewinnungsniveau einstellen, wie stark wir das haben wollen. Wenn wir auf stark drücken, dann wird natürlich der Roller dann etwas stärker abgebremst. Da wird mehr Energie zurückgewonnen, aber auch ein bisschen der Fahrfluss unterbrochen. Das heißt, wir würden sagen, erst mal auf schwach lassen, sich daran gewöhnen und sich dann antasten. Dazu haben wir noch Fahrkontrolle. Das heißt, wenn man eine bestimmte Zeit lang den Gashebel gedrückt hält, dann stellt sich irgendwann so eine Art Tempomat ein, wo man dann einfach mit der gleichen Geschwindigkeit weiterfährt. Das Ganze kann man hier frei wählen, ob man es haben möchte oder nicht. Dazu kann man hier noch den Namen des Scooters einstellen. Den lassen wir erst mal unverändert. Und das Rücklicht kann man einstellen. Wenn man es aus, wenn man den Schalter quasi ausmacht, wird das Rücklicht ausgeschaltet. Wenn wir jetzt einmal schauen, dann kann ich jetzt das zeigen. Ich schalte das Rücklicht wieder ein und schon geht es an. Und ich kann es auch direkt wieder ausmachen. Also perfekt gelöst. So, noch kann man machen ein eigenes Profil. Das Ganze ist nämlich auch so ein bisschen ein soziales Netzwerk, wo man dann andere Leute auch schauen kann. Ich habe mich jetzt noch nicht angemeldet, das könnte ich jetzt machen. Dann sähe man hier mein Profilbild und so ein paar einzelne Sachen. Zum Beispiel einen Nachtmodus. Das heißt, wenn ich den einschalte, ist das Ganze in so einem blau-schwarz. Das verbraucht weniger Akku auf dem Handy. Das ist einfach für die Optik, also wie man es haben möchte. Dazu hat man hier noch Einstellungen und Hilfe. Also quasi alles, was man braucht. Die App ist wirklich sehr gut. Ist auch nötig zum Fahren des Rollers, natürlich, wenn man ihn freischalten muss. Während des Fahrens braucht man sie nicht unbedingt. Kann man sie benutzen. Also ist eigentlich ein super Feature, was einfach so obendrauf gibt. Ist kostenlos im App Store. Ein letztes noch, wenn wir hier nach links wischen, können wir ein paar Statistiken sehen. Das heißt, hier die verbleibende Reichweite. Natürlich kommt der Roller in seinem Lieferumfang nicht mit vollgeladenem Akku. Dann aktueller Kilometerstand, durchschnittliche Geschwindigkeit, aktuelle Fahrzeit, Kilometerstand insgesamt und die Fahrzeugtemperatur. Also hier könnt ihr quasi euer Fahrzeug überwachen, falls es mal irgendwelche Unstimmigkeiten gibt oder irgendwas. Oder ihr einfach wissen wollt, wie weit ihr schon gefahren seid. Zusätzlich zu dem Fußgängermodus und dem Eco-Modus, der automatisch eingeschaltet ist, gibt es noch zwei weitere Fahrmodi. Das heißt, wenn wir einmal Doppelklick auf diesen Knopf machen, haben wir einmal den Drive-Modus, die mit einem D gekennzeichnet. Der ist etwas schneller als der Eco-Modus. Und dann noch den Sport-Modus. Mit dem Sport-Modus erreicht ihr schneller die 20 kmh. Das heißt, mit dem Drive-Modus kommt ihr in 8 Sekunden auf 20 kmh. In dem Sport-Modus schon in 5 Sekunden auf 20 kmh. Also es ist wirklich eine super schnelle Zeit, super Beschleunigung, die halt auch dieser Scooter bereitstellen kann. Also der Scooter ist wirklich technisch super ausgestattet. Dazu kommen wir gleich nachher noch ein bisschen mehr ins Detail. Aber so erstmal zu den Fahrmodi. Insgesamt sehen wir beim Display nicht nur den Fahrmodus, sondern auch die Reichweite, die noch übrig ist. Also hier der Akkustand und die Geschwindigkeit. Wenn wir uns den ganzen Lenker einmal anschauen, sehen wir hier, haben wir auf der einen Seite die beiden Bremsen. Einmal eine Trommelbremse per Hebel und mit dieser Vorrichtung eine elektromagnetische Bremse hinten. Auf der rechten Seite sehen wir den Gashebel. Gleiche Vorrichtung wie bei der elektromagnetischen Bremse. Und eine Klinge. Natürlich auch wichtig, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Vorne haben wir ein direkt angebautes LED-Licht. Für vorne genauso haben wir LED auch hinten. Haben wir gerade auch einmal schon gezeigt. Noch ein Reflektor. Und das Ganze schließt auch schon oben alles ab. Insgesamt sehen wir natürlich, auch wenn hier jetzt noch ein bisschen Verpackung drüber ist, ist ein sehr stylisches Design vom Roller. Sehr modern. Also sieht wirklich elegant aus. Kann man sich nicht beschweren. Das Ganze ist aus Aluminium gemacht. Das heißt, es ist komplett aus Metall verarbeitet. Sehr hochwertige Verarbeitung insgesamt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal im Genaueren. An dem Ninebot Max G30D haben wir 10 Zoll Luftreifen. Diese sind schlauchlos und machen so das Fahrverhalten deutlich sanfter, deutlich stabiler. Also ist für euch, für den Komfort wirklich sehr gut. Außerdem haben wir im Inneren der Reifen, das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, eine spezielle Gelschutzbeschichtung, die Reifenpannen vorbeugt. Das heißt, ihr habt nicht nur ein sicheres Fahrgefühl, sondern auch eine spezielle Sicherung, damit die Reifen nicht so schnell kaputt gehen. Was ja auch immer gerne gesehen ist. Dazu sagt man auf jeden Fall nicht Nein. Weiter hinten sehen wir hier einmal die Vorrichtung für den Akku. Das heißt, wenn wir hier aufklappen, können wir sämtliche Ladevorrichtung anbringen. Wir sehen hier schon, das Trittbrett ist etwas gummiert. Wir haben hier so ein bisschen Grip-Textur drauf, genauso wie auch an den Griffen für die Hände am Lenker. Das Ganze ist zwar IPX5 geschützt, also das bestätigt, dass der Roller vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Natürlich sollte man trotzdem aufpassen, dass dieses rostfreie Aluminiumgestell nicht zu lang im Regen steht und nicht durch die tiefsten Pfützen fährt. Einfach nur aus rudimentären Sicherheitsgründen. Würde man jetzt auch mit anderen Sachen, die wasserdicht sind, nicht machen. Das ist einfach ganz normaler Schutz. Aber wenn man mal durch Nieselregen fahren muss oder ein bisschen feuchtes Klima hat, ist das nicht schlimm. Das hält der Roller auf jeden Fall aus. So, am ersten Reifen, wie gerade schon gesagt, haben wir eine Trommelbremse angebracht. Hier sehen wir sie, wie sie betätigt wird. Außerdem natürlich, ganz wichtig, Reflektoren an beiden Seiten, so wie auch hinten. Die hintere Bremse ist eine elektromagnetische, hatte ich ja gerade schon einmal gesagt. Aber neben der Bremse ist hinten am Reifen auch der Motor angebracht. Dieser hat 36 Volt und ist 350 Watt leistungsstark. Das ist nämlich die Dauerleistung, die sehr ordentlich ist und damit natürlich auch den Sportmodus, der schneller beschleunigt, ermöglicht. Das wäre sonst nicht möglich. Nochmal kurz zum Akku. Dieser ist 15,3 Amperestunden groß, was wirklich riesig groß ist und ermöglicht so die Reichweite von 65 Kilometern. Dieser ist im Sportmodus natürlich nur noch auf 50 Kilometer, weil der sehr viel anspruchsvoller ist für den Akku. Das ist aber trotzdem noch weit über dem Durchschnitt, was so auf dem Markt gibt. Wir sind hier also wirklich im absoluten Premium-Bereich. Das Ganze wird in sechs Stunden von dem Schnellladenetzteil aufgeladen. Das ist wirklich, wenn man jetzt insgesamt schaut, eher Durchschnitt, aber dafür, dass der so riesig groß ist, ist es wirklich eine sehr schnelle Zeit. Also der Fast Charger macht sich hier auf jeden Fall belohnt. Dieser riesige Akku macht sich natürlich auch im Gewicht bemerkbar. Dieses liegt bei 19,5 Kilogramm, ist jetzt im Vergleich tendenziell eher schwer, aber dadurch kriegt man wirklich einen sehr robusten Roller. Das heißt, nicht nur trägt der Akku zu diesem Gewicht, sondern auch die Verarbeitung. Wir haben wirklich einen sehr stabilen Roller, sehr gute Verarbeitung, es geht nahtlos ineinander über, man fühlt sich beim Fahren sehr sicher. Außerdem, wenn man bedenkt, dass der Roller 65, also wirklich 65 Kilometer schafft, sind die 19 Kilo schon fast wieder vergessen. Also dieses Verhältnis von Reichweite zu Gewicht ist wirklich unschlagbar. Kriegst du so auf den Markt fast bei keinem zweiten Roller. Und dazu kommt ja auch noch, dass der gute Roller nur 799 Euro im Hertie Shop kostet. Das heißt, viele Roller, die weit über 1000 Euro kosten, schaffen nicht das, was dieser Roller kann. Und das Verhältnis ist einfach so gut, das ist wirklich nur zu empfehlen. Der Ninebot Max G30D hält 100 Kilo aus und ist für Leute bis ca. 1,90. Ich bin jetzt 1,92. Bei mir ist auch kein Problem. Problemlos fahrbar. Das heißt, die meisten Leute müssen zu diesem Roller passen. Also im Gesamtbild sehen wir, der Ninebot Max G30D mit seinen ganzen Features, dem sehr stylischen Design, der tollen Verarbeitung, dieser riesigen Reichweite und natürlich auch dem Preispunkt von 799 Euro. ist wirklich ganz vorne mit dabei auf dem E-Scooter-Markt. Bei uns auf hertie.de gibt es den Ninebot jetzt in begrenzter Stückzahl zu kaufen. Wir haben ihn gerade auf Lager frisch bekommen. Also er ist natürlich sehr begehrt mit diesen ganzen Argumenten. Gerne schnell zugreifen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da kommt ihr direkt zum Artikel und könnt direkt zugreifen. Wenn ihr also zu Weihnachten noch ein Geschenk haben wollt oder euch selbst einfach mal beschenken wollt, schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Liked und abonniert gerne den Kanal. Gerne einen Kommentar auch da lassen unter diesem Video. Und wir wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020